Decknamen deutscher Militäroperationen im Zweiten Weltkrieg erfanden und verwendeten das NS-Regime und die Wehrmacht, um Gegner und untergeordnete Dienstgrade über Ziel und Umfang der geplanten Aktionen im Unklaren zu lassen und ein Überraschungsmoment für die Ausführung auszunutzen. In einigen Planungen wurden Aktionen der Alliierten unterstellt, um eine Studie der notwendigen Gegenmaßnahmen vorzunehmen. Siehe zum Beispiel Sprotte oder eventuell doch selbst aktiv zu werden, siehe Richard. Kam es dann tatsächlich durch Alliierte zu den korrespondierenden Operationen? War die Wehrmacht in der Regel aus materiellen Gründen nicht in der Lage zu reagieren oder die Pläne waren veraltet? Decknamen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z, Weisungen. Mit den vom Oberkommando der Wehrmacht herausgegebenen Weisungen bzw. Weisungen für die Kriegführung kanonisierte Hitler teilweise die Namen für die geplanten Unternehmen. Beispiele sind Weisung Nummer 1 vom 11. März 1938 Otto Weisung Nummer 1 für die Kriegführung vom 31. August 1939 Weisung Nummer 16 für die Kriegführung vom 16. Juli 1940 Seelöwe Weisung Nummer 20 für die Kriegführung vom 13. Dezember 1940 Marita Weisung Nummer 21 für die Kriegführung vom 18. Dezember 1940 Barbarossa Andere Operationsdecknamen sind vor allem durch Operationsbefehle überliefert, zum Beispiel Operationsbefehl Nummer 6 vom 15. April 1943 Zitadelle Letzemberfahrt